Das sind Athleten der Teenage-Stadion. Meine Damen und Herren, das sind Athleten, die maximal 17 Jahre alt sind. Darf ich Ihnen vorstellen, die nicht mehrerer Scheinfolge unter Stadion Nummer 114 aus Seegebiet Justin Michaelis. Der Stadion Nummer 99 aus Pindersberg, Erik Nikolaus Friedemann. Der Stadion Nummer 118 aus Freiburg, Dario Rosselli. Der Stadion Nummer 133 aus Schweizerhütten, Jim Monag. Aus Bülheim, der Stadion Nummer 39, David Schirmer. Der Stadion Nummer 213, Sebastian Ehmann. Aus Bülheim, der Stadion Nummer 116, Jan Wattitz. Der Stadion Nummer 89 aus Süke, Marvin Zwiebler. Der Stadion Nummer 126 aus Buchenbach, Timo Zwick. Der Stadion Nummer 116 aus Buchenbach, Timo Zwick. Der Stadion Nummer 9 aus Zwei-Trügen, Felix Quach. Der Stadion Nummer 126 aus Leitingen, Maximilian Schulze. Der Stadion Nummer 3 in den Schlag, der Stadion Nummer 3 in dressieren, und der Stadion Nummer 116 in den Strichwort. Der Stadion Nummer 131 in den diarrhea gegebenenfalls Freiburg, der Stadion Nummer 145, Daniel Wendy Schulze. Die Stadt Nr. 39, David Schirrmann. Die Stadt Nr. 213, Sebastian Ema. Die Stadt Nr. 196, Jan Backwitz. Und last but not least, die Stadt Nr. 127, Maximilian Schürzer. Applaus Es werden nun alle nicht viele heißen, die der Dallier übergeben. Applaus Also ein ganzes Verdammt. Applaus Applaus Atheist-Vereinigung, Werbung Wie leidet die Forderung nach rechts? Nach rechts. Das andere rechts. Das andere rechts. Ähm... Applaus Eine weitere Forderung? Eine weitere Forderung? Eine weitere Forderung? Eine weitere Forderung? Applaus Und bitte in diesen Freunden, die in den Wänden. Ich bin in den Wänden. Wie leidet die Forderung? Und bitte in diesen Freunden. Dann bin ich in den Wänden. Jetzt bin ich in den Wänden. Seidischen Brusten. Seidischen Brusten. Seidischen Brusten. Seidischen Brusten. Seidischen Brusten. Seidischen Brusten. Seidische Brusten. Seidische Brusten. Seidische Brusten. Seidische Brusten. Meine Herren, ich wünsche Ihnen Prost an! 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 Ich wünsche Ihnen Prost an!